wie viel hast du persönlich mit dem Managemententwicklung von Rocket Beans zu tun ähm Strong Don John meinst du jetzt die allgemeine Entwicklung der gesamten Firma oder die Management Unit oder was meinst du, kannst du die Frage nochmal präziser stellen weil so weiß ich jetzt nicht genau was du meinst wie viel hast du persönlich mit dem Management von Rocket Beans zu tun, okay das ist natürlich so nicht einfach zu beantworten ähm was ich immer wieder fälschlicherweise ähm lese ist, dass keiner von uns also Budi, Simon, Nils und ich keiner von uns Geschäftsführer waren wir auch nie, Arno war von Anfang an Geschäftsführer ähm ähm und wir sind nur oder lediglich Gesellschafter ja das heißt ähm wir sind Gründer der Firma aber die Unterschrift von Arno zählt sozusagen, ja ähm wir haben uns zwar damals darauf geeinigt dass wir die wichtige Entscheidung alle gleich ähm wie sagt man ja gleichgesinnt treffen können und im Gesellschaftervertrag steht das auch so drin dass es viele Entscheidungen sind nur 3 zu 2 oder 4 zu 1 möglich aber wenn es jetzt um den Lauf um das laufende Geschäft geht ähm muss ich sagen dass ich da nicht so viel zu tun habe mit natürlich gibt es schon so eine generelle Ausrichtung ähm oder so eine generelle Vision wenn man so will oder so eine Marschroute wo auf die man sich natürlich dann als Gesellschafter einigt wir 5 wo wir dann aber auch mit Einbezug der der leitenden Kräfte ähm in der Firma wo man dann sagt okay wo wo sehen wir uns in 5 Jahren wo sehen wir uns in 10 Jahren solche Sachen ne was wo will man hin was will man eigentlich machen wie sieht man die Firma und so und auch da ist es natürlich dann sehr unterschiedlich aber ähm wenn es jetzt um um das wirklich operative Business geht habe ich eigentlich kaum noch was mit Rocket Beans zu tun also erfahre viele Dinge auch erst wenn sie andere Mitarbeiter auch erfahren oder wenn es tatsächlich in der Öffentlichkeit dann landet oder so ähm also es ist jetzt nicht so dass dass jede Entscheidung oder äh ja alle dafür ist einfach der Laden viel viel zu groß geworden das geht einfach gar nicht mehr das war früher so am Anfang als als Rocket Beans noch neu war da war das wirklich so dass wir dann wirklich uns um alles gekümmert haben vom ähm ja vom Drucker der gekauft wird ich weiß noch ich hab mal das war glaube ich im ersten Jahr Rocket Beans äh hab ich mir mal dann von Arno äh in so einem Anflug auch von Selbstüberschätzung hab ich mir mal so gesagt so ich brauch jetzt mal ne komplette Kostenaufstellung ich will jetzt mal alle Fixkosten hier haben alle das ist auch meine Firma ich will alle Fixkosten haben und dann hab ich da von der Telefonrechnung bis hin zu Anwaltskosten Serverkosten ähm Benzinkosten für Firmen Fahrzeuge Kamera Leih Equipment keine Ahnung es war eine List sie war unendlich groß und ich saß da mit so einem Bleistift und wollte Geld sparen und hab überlegt wo kann man Geld sparen und ich dachte wirklich da hatte ich noch so dieses Mindset dass ich gedacht hab so okay das ist jetzt deine Firma du musst wenn du es nicht machst dann macht es keiner du musst es jetzt selber auch irgendwie also du musst selber das in die Hand nehmen und dann hab ich wirklich geguckt kriegt man irgendwo günstiger Strom zum Beispiel zahlen wir zu viel Strom oder und dann ich weiß noch das war noch das war natürlich auch für Arno damals neu der ja damals noch also wir haben ja dann die Firma zusammen gegründet der war ja damals noch davor war ja alleiniger Geschäftsführer ähm von Riesen-Buhai war das auch nicht gewöhnt dass plötzlich jemand kommt und irgendwelche Sachen hinterfragt erst recht jemand der vielleicht vom Business auch noch nicht so viel also von dieser Seite des Business noch nicht so viel Ahnung hat ähm das war dann auch ein ein Annäherungsprozess von beiden Seiten ähm zum einen das zuzulassen dass jetzt andere auch das Recht haben Fragen zu stellen und zu hinterfragen und auf der anderen Seite aber auch festzustellen ähm ja jetzt nicht Schuster bleibt bei deinen Leisten aber ähm es macht schon Sinn dass es gewisse Abteilungen gibt mit gewissen äh Leuten die dann da auch die Entscheidung treffen müssen ja und das ist auch echt so was ich nach all dieser Zeit auch gelernt habe ist ähm ich bin niemals angetreten beruflich angetreten um ein Wirtschaftsunternehmen mit 120 Leuten zu leiten also ich hab meine Stärken immer woanders gesehen und auch vor allem meine Leidenschaft woanders gesehen und das war immer so ein notwendiges Übel dass man halt wenn man eine Firma hat und eine Verantwortung hat dass man sich auch mit gewissen Sachen auseinandersetzen muss und das machen wir ja bis heute dass wir regelmäßig Zahlenmeetings kriegen wo wir informiert werden in welche Richtung entwickelt sich es mit Prognosen Worst Case Best Case bla 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 und solchen Kram aber ähm ich hab da neulich hab ich auch nochmal hab ich nochmal mit Simon drüber geredet wir haben uns auch einfach viel zu viel zugemutet also das war einfach auch too much du kannst nicht irgendwie ähm wenn ich überlege so in der Hochzeit als alles zusammenkam ähm wo ich mir gedacht hab so da du kannst nicht erst irgendwie ein 3 Stunden Gesellschafter-Meeting machen wo du über irgendwie 40 Gehälter diskutierst und die Ausrichtung einer ganzen Firma dann gehst du mal dann machst du mal kurz ein Almost Daily zum Thema äh weiß ich nicht Partybesuche dann äh schreibst du ein Sketch für Game Whatever One oder Two und dann gehst du äh machst du noch abends die Abendshow und weiter und am nächsten Tag geht's nochmal das war einfach oder hast du ein Vorstellungsgespräch mit 5 weiß ich nicht Praktikantenbewerbern oder sowas ja das war einfach irgendwann viel zu viel zu viel für uns alle es war einfach viel zu viel von allem so du konntest dich auch nicht auf wirklich auf irgendeine Sache fokussieren das war wie gesagt vor 10 Jahren oder so in der Anfangszeit von Rocket Beans ähm und das hat ja auch dann dazu geführt dass wir mehr und mehr Leute dann auch irgendwie äh ja eingestellt haben die dann auch sich um gewisse Bereiche kümmern und mittlerweile ist das ja schon recht professionell muss ich sagen also auch wenn das äh klischeehaft immer nicht so klingt aber da tut man vielen Leuten bei uns in der Firma auch Unrecht ähm hat es schon viele Strukturen und ähm ja Leute die Verantwortung dann für Abteilungen übernehmen oder so wir haben eine Buchhaltung wir haben Human Resources all so ein Kram wir haben natürlich die Technik Regie ähm so was soll ich da soll ich einen Kameramann einstellen oder was wo ich hab überhaupt nicht die Kompetenz einzuschätzen was ein Kameramann bei uns können muss so das dafür haben wir dann weiß ich nicht Timo oder so der das einschätzen kann der da die Kompetenz hat und ähm wenn Timo sagt wir brauchen für die Regie noch ein was weiß ich kryptisches Pult ich kann auch nicht mal ein Pult faken ein wir brauchen den SL 346 Notstrom Wandler was soll ich dann sagen brauchen wir wirklich den 640 C reicht nicht auch der 640 B ja also lange Rede kurzer Sinn ähm mittlerweile ähm kann ich mich wieder mehr auf die On-Air Arbeit konzentrieren die ganz wichtigen Entscheidungen die die fundamentalen Entscheidungen sowas wie wollen wir den 24 Stunden Sender ähm ad acta legen und ähm eine andere Richtung einschlagen sowas entscheide ich natürlich mit auch nicht alleine aber mit oder was heißt entscheide ich mit da habe ich natürlich ein eine ein Mitspracherecht aber ähm einzelne Personalentscheidungen oder zum Beispiel auch Gehälter oder sowas da habe ich nichts mehr mit zu tun Gott sei Dank so jetzt habe ich lange nicht in Chat geguckt deshalb müsst ihr gegebenenfalls wichtige Fragen zu dem Thema nochmal stellen heißt das dass sich die Urbohnen inzwischen vom operativen Geschäft fernhalten ja im Prinzip schon also wie gesagt von den meisten Dingen ja aber da wir das ist halt nicht so hundertprozentig immer schwarz-weiß ne also ähm da wir natürlich auch immer noch wichtiger Bestandteil der Firma sind und auch viel Erfahrung haben oder so fließt die natürlich hier und da auch mal mit ein oder man sagt mal was einem auffällt oder man sagt was man cool findet oder was man nicht so cool findet und natürlich wird dem dann auch ja Gehör also natürlich hört man das dann auch so ob das dann immer eins zu eins so umsetzbar ist oder gemacht wird oder so steht ja nochmal auf dem anderen Blatt aber natürlich haben wir schon auch noch ein bisschen Einfluss jetzt nicht so dass dass ich mich hier also dass ich gar nichts mehr mit entscheiden kann aber es ist auch nicht so dass also es ist auch nicht so viel wie man vielleicht denken mag wie viele Meetings habt ihr eigentlich in einem Monat also ich kann jetzt nicht für alle sprechen ich glaube es sind viele also bei Arno das ist glaube ich im Prinzip rund um die Uhr ähm ich bei mir Gott sei Dank weniger geworden ähm also früher hatte ich auch bestimmt am Tag drei oder so oder noch mehr mittlerweile habe ich vielleicht drei pro Woche aber auch unterschiedlich es kommt auch immer es gibt natürlich auch Zeit wenn jetzt sowas ist wie die Gamevation oder die Gamescom ansteht oder ne E3 ähm dann hast du einfach mehr Meetings weil dann wird gecheckt und dann muss Programmplanung und Technik und Reise und dies das keine Ahnung da kommen halt einfach verschiedene Sachen dazu so ne ähm dann gibt es Wochen in denen es mal ein bisschen ruhiger ist da hast du dann nur die klassische das klassische Gesellschafter-Meeting die Vollversammlung zum Beispiel und Twitch-Meeting oder solche Sachen also so kleinere Sachen keine Ahnung ob du schon gefragt wurdest fragt hier Bilbo's Rage wie hast du deine Corona-Infektion überstanden ähm naja einfach gewartet bis sie wegging da muss ich direkt niesen ähm ich hab nicht viel gemacht im wahrsten Sinne des Wortes also Anja ist ja wieder zurück aber leider hat man sie noch nicht so wahrgenommen kommt da noch was zu also was sie jetzt genau macht äh ja da weiß ich jetzt auch nicht wie viel ich da schon erzählen kann aber Anja ist zurück und ähm hat ein bisschen eine andere Position als sie sie vorher hatte aber kann sein dass man sie auch wieder häufiger sieht ähm weiß ich aber jetzt zum Beispiel auch nicht genau was was woran das liegt ich mein so oft war sie ja jetzt auch früher nicht vor der Kamera oder immer mal wieder so bei du bist oder so aber das Problem ist halt auch dass wir jetzt quasi gerade aus zweieinhalb Jahren Pandemie kommen und man hat generell nicht so viele Leute gesehen also das fängt ja jetzt erst wieder an dass so langsam die Büroräume sich füllen und das ist dann natürlich was anderes wenn dann mal eine Kamera durch die Gänge geht sieht man auch mal wieder ein paar Leute oder so und untereinander sehen sich die Leute natürlich auch wieder aber ja ist auf jeden Fall toll dass Anja wieder da ist was nervt dich am meisten an deinem Job und was ist am geilsten gute Frage fragt hier Sander ähm muss ich mal drüber nachdenken was nervt mich am meisten ändert sich tatsächlich momentan ändert mich äh ändert mich momentan nervt mich glaube ich am meisten dass so unregelmäßig alles ist dass ich keinen Rhythmus in mein Berufsleben kriege weil jeder Tag anders ist und jede Woche anders ist und das ähm dann noch mit Familie unter einen Hut zu bringen mich schon vor ziemlich viel äh mich einfach viel stresst so um allen gerecht zu werden ich hab halt einfach nicht so dieses klare montags von 18 bis so oder von 10 bis 18 Uhr oder so sondern jedes Mal ist irgendwie anders jeden ich muss jeden Tag in den Kalender gucken ah heute ist das bis dann so das nervt mich ein bisschen ist natürlich auch selbstverschuldet aber das ist so eine Sache die mich stresst ähm was mich nervt ist natürlich ist es nicht immer angenehm dass ist es nicht immer angenehm in der Öffentlichkeit zu stehen sag ich mal so das oder ich meine damit jetzt nicht auf der Straße erkannt werden oder sowas sowas meine ich nicht ich meine damit eher dass du einen Job machst der einfach immer öffentlich bewertet wird das bin ich zwar gewohnt seit 21 Jahren aber es nervt mich auch seit 21 Jahren dass du einfach egal was du machst was du sagst was du tust immer in irgendeiner Form öffentlich stattfindet jetzt kann man natürlich sagen ja dann mach es doch nicht aber es ist ja mein Beruf also es ist ja auch letztendlich das womit ich mein Geld verdiene deshalb ist es ja auch Fluch und Segen aber es ist natürlich schon auch mit Social Media und Twitter und Co ist natürlich schon auch heftiger geworden ist schon krasser geworden was man was was man so zurückkriegt was man man muss es nicht lesen aber man liest es teilweise man kriegt es vorgelesen man kriegt es irgendwie doch herangetragen und so du kannst dich dem ja auch nicht so ganz entziehen wenn du in diesen Sphären auch unterwegs bist ja das ist so einer der Nachteile was ist der Vorteil oder was was ist am geilsten am geilsten ist dass ich ja für Sachen bezahlt werde die mir auch Spaß machen die meiste Zeit oder nicht die meiste Zeit weiß ich nicht aber zumindest dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe ja also dass ich wirklich meinen Lebensunterhalt mit Themen bestreiten darf die auch meine Leidenschaft sind und die auch meine Interessen sind das das ist am geilsten und da bin ich auch sehr dankbar für und auch sehr ja auch sehr stolz dass das so hingehauen hat und auch glücklich tatsächlich dass das so dass es sich so ergeben hat haut rein tschüss das sch holles